Untertitelung des ZDF, 2020 Warum sagt mein Vater, geh zum Araber, wenn sie gar keiner sind? Hast du kein Wein gekauft? Araber, das bedeutet von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Und auch am Sonntag bin ich im Geschäft. Du hast die Dusche nicht sauber gemacht. Wie machen Sie das, glücklich zu sein? Lächeln macht glücklich. Moment, hier, nimm das. Sauerkraut mit Speck und Würstchen, einser Qualität. Wollen wir Sonntagnachmittag einen Spaziergang machen? Wer ist er? Polizei. Ich will ihn nicht sehen. Sie kennen seinen Vater? Es ist besser, wenn wir allein darüber reden. Bitte kommen Sie. Das begreife ich nicht. Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Wann wollen Sie mich adoptieren? Morgen, wenn du willst. Ich habe mein ganzes Leben lang viel gearbeitet, aber ich habe langsam gearbeitet. Schön langsam. Ja, die Langsamkeit ist das Geheimnis des Glücks. Ich habe mein ganzes Leben lang viel gearbeitet, aber ich liebe dich. Sonntag, danke für die Sonne.